Yo Leute, willkommen zu dieser Folge von Minecraft Beta. Hallo sehr. Muss ich vergessen, ne? Stimmen... Ja, ich pass auf 50 oder sowas hier. Wenn was kommt, mach mal so lauter. Was ist der Plan für diese Folge? Ich hab keine Endung. Das ist ein bisschen ein Problem, das ich gerade habe. Ich weiß das nicht, wie ganz ehrlich. Ähm... Keine Ahnung. ... Sch... Das wird ganz knapp von der Kolonor angefangen. Tatsächlich kann man sie jetzt hier irgendwie effektiv nutzen. Hat nicht ganz gepasst. Keine Öle. Warum denn nicht? Warum denn? Pull immer hier durch. Ich höre schon mal rumringen oder so. Ja. Ich weiß nicht, dass die Mikrofonmusik nicht geil ist. Da kommt schon ganz schön in Änderung hoch, ne? Gold. Nehmen wir was mit oder nicht? Nehmen wir auch mit. Warum nicht? Eisen. Auch immer sehr gerne gesehen. Cool. Und auch immer mitnehmen. Oh, ich will die Manten haben. Das schützt mich also an den Höhengangen. Wenn du unten gehst, dann will ich die Manten finden. Weiß und Cooler reichte ich mir auch nicht mehr. Ja. Weiß doch. Wir müssen durch. Das war zu lange. Ja, wir müssen durch. Wie gesagt. Jetzt gehen wir noch relativ fix. Zwei Blöcke. Drachen als Zorn. Bist. 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 Le Chat. Teinst. Oh, das ist wirklich nett. Wie gesagt. Bist. 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 Ah, das ist echt wie gar nichts, ne? Ah, hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Oh, ach, Stöck, ey! Was ist los? Geil! Mensch, das ist schon richtig gelaufen, wie heute runter zu gehen. Eisen, jetzt geht's richtig los hier. Da kommt ein Gravel, wow. Zack, zack, verdammt, verdammt, verdammt. Figuren brauchen wir ja nicht, diese Scheiße. Duft und duft und duft. Ops, laut hier, bam bam, bam bam bam, hier ist noch viel, viel. Ich habe das Fick, die Schwerfe kaputt. Nichts best! Fakun, normal, dann, wann ich jetzt. Zack, zack. Ach, ich habe das Fick, die Schwerfe kaputt. Geil. Das ist ein Kuss! Duff 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 duff! Duff 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 duff! Welches Grabber-Berfund bei Minecraft? Braucht man überhaupt nicht. Ist doch scheiße! Zack-zack-zack! Weitere schon? Minuten haben wir noch. Eieiei. Hallo? Fast auch mal gestorben. Eieieiei. Scheiße, ist das passiert? Okay, ist ein Öl in Gang. Wollen wir uns hier wieder nicht angucken? Ich halte mich schon mal. Ja, siehst du mal. Die kleine Welt hier eigentlich ist. Das darf ja nie wahr sein. Sei ernst. Ich fang gar nicht von oben. Das lässt sich ganz easy abbauen. Immerhin, nun. Immerhin. Jetzt war es halt die Zeit. Vorbei, jetzt ist auch die Zeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein und tschau.